hallo und welcome to my channel. Willkommen bei WONDASMR. Heute mit einem DIG und zwar wie eure Raumluft verbessert. Und zwar kennt ihr bestimmt aus dem Hollister, wenn man da reingeht, da riecht es ganz ganz frisch und es ist viel klimatisiert und die haben einfach einen ganz speziellen Duft und der ist einfach im ganzen Geschäft verteilt und ich fand das immer ganz toll. Ich habe mich immer gefragt, wie machen die das eigentlich? Und dann bin ich auf eine Idee gekommen, also meine Idee, mein DIG. Und zwar braucht ihr dafür so einen Dyson, also einen Ventilator. Ihr könnt einen ganz normalen nehmen. Ich habe jetzt den Dyson und dazu braucht ihr so ein Lämpchen, so ein Öllämpchen. Und zwar tut ihr in dieses Lämpchen einen guten Duft rein. Da kann ich euch empfehlen. Sie ist von Bridgewater. Das ist relativ gut. Das riecht sehr, sehr gut und sehr, sehr frisch. Das gibt es auch in verschiedenen Duften und da gibt es etwas frischeres, etwas sommerlicheres. Und das hier ist jetzt so Sweet Grace. Das ist ziemlich cool. Also das tut ihr dann in diese Öllampe rein, füllt die vor mit Wasser und schaltet die dann an. Ich habe diese hier. Die ist ziemlich schön. Die hat noch so bunte Farben. Wenn man die anschaltet, dann kommen so grün, blau, alles am Farbspektrum. Und wenn ihr dann einen guten Platz für diesen wunderschönen Ventilator, also den Dyson in meinem Fall habt, dann stellt ihr das, platziert ihr das folgendermaßen, dass diese Öllampe davor steht und ihr den Dyson dann einschaltet. Einen Moment. Hier schaltet man ihn ein. Wo ist das denn jetzt? Muss ich mal selber gucken. Ach ja, da unten. Ah, okay. Also einmal einschalten. Und dann geht auch schon die Lüftung an. Und wenn ihr das dann so platziert, dann verteilt sozusagen dieser Dyson Ventilator, diesen tollen Duft, also den Duft eurer Wahl. Und es riecht ganz frisch nach frischer Meereskrise oder was fruchtiges, was was Sommerliches, etwas Erdiges. Alles, was ihr wollt. Und euer ganzer Raum riecht wundervoll. Ist wundervoll klimatisiert. Dann hoffe ich, euch eine tolle D.I.G. Anregung gegeben zu haben und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eure Wanda Assen. Ja. Ja.